Wir von Schnell Einfach Gesund benutzen schon seit längerer Zeit verschiedene Notropika vereinzelt, um einfach unsere Gehirnleistung zu verbessern. Warum machen wir das? In einer Welt, in der quasi alles und jeder versucht einen abzudenken, ist es eine der wichtigsten Fähigkeiten, konzentriert lange zu arbeiten, sich Dinge merken zu können und auch einfach klar und frei denken zu können. Das sind Themen, die uns bei Schnell Einfach Gesund auch einfach am Herzen liegen. In diesem Video stelle ich dir die wichtigsten und auch wirksamsten natürlichen Notropika vor, die du nutzen kannst, um selber deine Gehirnleistung zu verbessern. In diesem Video bekommst du außerdem Dosierungen, Anwendungen und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten dieser Naturstoffe. Das ist fast für jeden relevant, ob man es am Anfang glaubt oder nicht. Und diese Substanzen tun allgemein dem Wohlbefinden und der Gehirngesundheit sehr, sehr gut. Wenn wir über das Thema Gehirngesundheit reden, ist eines natürlich ganz wichtig. Und zwar ist es der allgemeine Lebensstil. Das geht von einer gesunden Ernährung über eine gesunde Schlafroutine, gesunden Schlaf, hin zu verschiedenen Biohacks und auch Lichthygiene. Also die ganzen Themen, die wir hier auf diesem Kanal oder auch auf unserer Webseite in verschiedenen Artikeln ansprechen. Wenn du diese Basis noch nicht hast, dann kannst du die Sachen natürlich nehmen und du wirst auch Resultate erzielen. Aber die volle Power schaltest du wirklich erst frei, wenn du die Grundlage gesetzt hast. Dafür empfehle ich dir unseren anderen Content. Fangen wir mal an mit ein paar nootropischen Nährstoffen. Das sind jetzt nicht die eigentlichen Substanz, über die ich hier reden möchte. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir eine Basis-Nährstoffversorgung haben, dass unser Gehirn optimal funktionieren kann. Hier ist zum einen Kreatin zu nennen. Kreatin ist eine Aminosäure, die der Körper zwar selber herstellen kann, aber nicht in den Mengen, dass es diesen nootropischen Effekt erzielt. Und Kreatin kommt in Nahrungsmitteln hauptsächlich im roten Fleisch vor. Da muss man einige oder große Mengen essen. Deshalb kann es dir sinnvoll sein, auch Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel zu nutzen. Das ist eigentlich bekannt aus dem Sport, weil Kreatin nachweislich die Muskelkraft erhöht und auch das Muskelwachstum fördern kann. Und seit einigen Jahren rückt eines immer mehr ins Bewusstsein, und zwar, dass Kreatin eben auch im Gehirn die Energieproduktion ankurbeln kann. Und das kann man sich nutzen. Ich persönlich mag es auch, Kreatin an Tagen zu nehmen, in denen ich zu wenig geschlafen habe. Wenn ich mal abends weg war oder länger wach war, dann am nächsten Tag schön große Mengen Kreatin und ich merke, dass ich direkt wieder klarer denken kann und besser durch den Tag komme. Weitere Nährstoffe ist Omega-3. 60% uns Gehirn bestehen aus Fett, vor allem aus Omega-3-Fettsäuren. Man weiß aus vielen, vielen Forschungsergebnissen der Omega-3 die kognitive Leistung verbessern kann. Omega-3-Spiegel korrelieren auch stark mit dem Wachstum bestimmter Gehirnareale, wie dem Hypocampus. Das ist ein Gehirnareal, was für Erinnerungen zuständig ist. Auch zu nennen ist Jod. Hier weiß man aus der Wissenschaft, dass Gebiete, die den Jodmangel aufweisen, durchschnittlichen IQ von 10 bis 15 Punkten weniger haben. Also wirklich signifikant. Gerade in der Entwicklung von Kindern ist Jod fürs Gehirn und fürs Nervensystem ganz, ganz wichtig. Auch zu nennen ist Magnesium für die allgemeine Energieproduktion als Kofaktor für viele Enzyme. Und Proteine und Aminosäuren als Bestandteile, als Bausteine für verschiedene Signalmoleküle, für Neurotransmitter, für Hormone und alles, was unser Gehirn braucht. Fangen wir mal an mit den eigentlichen natürlichen Substanzen, über die wir hier reden möchten. Das verbreitetste Nootropikum auf dem ganzen Planeten und wahrscheinlich das etwas zu viel genutzte ist Kaffee bzw. Tee. Auch das ist ein Nootropikum. Kaffee ist nichts anderes als ein Pflanzenextrakt eigentlich, das wir mit Wasser aufgießen. Und sowohl Tee als auch Kaffee enthält viele Polyphenole, viele Antioxidantien und interessante Pflanzestoffe, die sich aufs Gehirn positiv auswirken können. Hier ist natürlich auch das Koffein zu nennen bzw. das in Tee zu findende Theanin. Sowohl Koffein als auch Theanin wirken anregend und können die Gehirnleistung verbessern. Über Theanin sprechen wir später auch nochmal ein bisschen mehr im Detail. Aber hier ist vor allem auch Matcha-Tee zu nennen. Matcha-Tee ist eine Grünteesorte, die einen sehr interessanten Stoff namens EGCG hat. Und EGCG fördert im Gehirn die Neubildung von Nervenzellen, also im Nervensystem und im Gehirn. Und das ist natürlich sinnvoll, gerade bei neurodegenerativen Erkrankungen, um dem Verfall von Nervenzellen, von Gehirnzellen entgegenzuwirken. Wir empfehlen 0 bis 2 Tassen Kaffee am Tag oder so 2 bis 4 Tassen Grüntee, Matcha-Tee, um hier die optimale nootropische Wirkung zu erzielen. Weitere Substanz, auch bekannt ist Ginkgo Biloba, eine der ältesten Heilpflanzen, die wahrscheinlich schon seit 100 Millionen Jahren auf diesem Planeten wächst. Ginkgo sorgt dafür, dass der Neurotransmitter Acetylcholin besser wirken kann. Du wirst es in diesem Video noch häufiger von Acetylcholin hören, weil es einfach unser wichtigster Denk-Neurotransmitter ist. Außerdem sorgt Ginkgo dafür, dass die Durchblutung im Gehirn angeregt wird und das Gehirn sich auch gerade in der Nacht besser entgiften kann. Wir empfehlen hier eine tägliche Dosierung von 60 bis 240 Milligramm eines guten Ginkgo Biloba Extraktes. Ginkgo ist auch sehr schön kombiniert mit unserem nächsten Stoff, nämlich Brahmi bzw. Bacopa Monieri. Brahmi wirkt ähnlich wie Ginkgo, denn es sorgt auch dafür, dass die Wirkung von Acetylcholin besser wird. Es sorgt einfach für eine allgemein bessere Gedächtnisleistung und kann auch die Stimmung nachweislich anheben. Bei Brahmi ist es so, im Vergleich zu den anderen Naturstoffen, die wir hier vorstellen, braucht Brahmi länger, bis es eine Wirkung zeigt, und zwar ca. 12 Wochen der regelmäßigen Anwendung. Aber dann kann es eben schon deutlich spürbar etwas mit einem anstellen. Bei der Anwendung oder Dosierung sollte beachtet werden, dass Brahmi mit nicht zu viel Kaffee oder Koffein kombiniert wird, denn die beiden vertragen sich nicht so gut. Als Dosierung empfehlen wir hier zwischen 200 und 600 Milligramm täglich. Gehen wir mal in die nächste Kategorie, und zwar stehen hier die Vital- und Heilpilze. Besonders hervorsticht ist Cordyceps. Cordyceps sinensis, für mich einer der faszinierendsten Pilze auf dem ganzen Planeten. Dazu haben wir auch ein eigenes Video gemacht. Und Cordyceps verbessert allgemein Energieprozesse im Körper, in den Mitochondrien, in der Schilddrüse, in den Sexualorganen. Cordyceps sorgt aber auch für mehr Energie im Gehirn. Und das kann man sich gut zu Nutzen machen. Und das ist so ein bisschen wie Kaffee, es wirkt anregend, man merkt es schon. Aber nicht ganz so zittrig vom Gefühl her. Hier empfehlen wir eine Dosierung von 0,5 bis 2 Gramm Dual-Extrakt täglich. Bei Vitalpilzen allgemein gilt, die Qualität ist das A und O. Lieber weniger oder eine geringere Dosierung, aber eine gute Qualität als eine hohe Dosierung und eine schlechte Qualität. Dann das Geschwisterchen von Cordyceps ist die Löwenmähne. Oder der Herikium-Pilz ist einer meiner Lieblings-Vitalpilze. Der nämlich sowohl den Magen-Darm-Trakt beruhigen kann und die Heilung ankurbeln kann, aber eben auch im Gehirn- und Nervensystem agiert. So Stichwort Darmhöhenachse. Ich finde, bei Löwenmähne merkt man das sehr stark. Löwenmähne fördert die Bildung zum BDMF. Das ist ein Neurotransmitter, der für die Neurogenese, also die Neubildung von Nervenzellen und Gehirnzellen zuständig ist. Es verbessert die Konzentration, die Gedächtnisleistung, Lernfähigkeit. Es kann nachweislich auch den IQ anheben und hat eben auch diese positive Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt. Hier empfehlen wir auch eine Dosierung von 0,5 bis 2 Gramm Dual-Extrakt täglich. Auch zu nennen ist Ashwagandha, ein Adaptogen, das ich schon seit vielen Jahren benutze, immer mal wieder kurweise. Ashwagandha sorgt dafür, dass der Cortisol-Spiegel, also der Stress-Spiegel sozusagen im Körper etwas herunterreguliert wird und dadurch können andere Stoffwechselwege besser ablaufen. Insbesondere die Sexualhormone, Testosteron können erhöht werden, Schulterrisse funktioniert besser, aber man fühlt sich einfach allgemein ruhiger, man kann besser lernen, man ist ausgeglichener. Dann zum Abschluss eines meiner Lieblingsnotropika, nämlich L-Thernin, über das ich vorhin schon gesprochen habe. Das ist eine Aminosäure aus vor allem Grün-Tee, aber auch aus Weiß-Tee oder aus schwarzem Tee. Und der L-Thernin sorgt dafür, dass unser Gehirn mehr Alpha-Wellen produziert. Alpha-Wellen sind assoziiert mit einem Zustand, in dem man sich entspannt, aber eben auch aufmerksam fühlt, so wie du es vielleicht auch aus der Meditation kennst. Und dieser Zustand ist ideal, um lange Zeit arbeiten zu können, um sich kreativ zu fühlen, um in diesen Flow-Zustand zu kommen. Aber das wirklich Beste an L-Thernin ist eigentlich die Wechselwirkung mit Koffein. Denn L-Thernin sorgt dafür, dass Koffein so ein bisschen abgedämpft wird, beziehungsweise länger anhaltend ist und man nicht diesen Crash hat und auch nicht dieses High. Man fühlt sich nicht so zittrig. In Studien zeigt sich auch, dass die Kombination aus L-Thernin und Koffein besonders wirksam ist in quasi allen Domänen der kognitiven Leistung. Das waren jetzt so die wichtigsten Naturstoffe, die du nutzen kannst, um deine Gehirnleistung zu optimieren. Ich werde dir jetzt noch einen kleinen Stack, also eine Kombinationsmöglichkeit aus verschiedenen Nootropika nennen, die du verwenden kannst, um sie untereinander optimal zu kombinieren und von allen Vorteilen zu profitieren. Wir empfehlen 100 bis 200 Milligramm Ginkgo Biloba, kombiniert mit 200 bis 400 Milligramm Bacopa Extrakt, kombiniert mit 0,5 bis 1 Gramm Cordyceps Extrakt, kombiniert mit 0,5 bis 1 Gramm Löwenmähne Extrakt, kombiniert mit 0,5 bis 1 Gramm Ashwagandha und zusätzlich noch 4 Gramm Kreativ. Das ist eine schöne Kombination, die deutlich Wirkung zeigt. Ein schönes Kombipräparat, was auch fast alle diese Stoffe enthält, ist Gedankengut von Naturtreu. Es ist ein Präparat, was ich persönlich auch immer gerne in der Klausurphase nehme, wenn ich viel lernen muss. Das war es mit diesem Video. Wenn ich dir weiterhelfen konnte, dann gib dem Video ein Like, vergiss nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Schnell Einfach Gesund. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.